Hey, To. Wir waren Idioten. Ich... Es ist zwar schön, wenn du dich so windest, aber wir haben Arbeit. Ich kann uns nach Meridian bringen. Uns? Wir sitzen im selben Boot, oder? Und haben keine Zeit. Okay, es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Ich schlage vor, wir kapern einen ihrer Hyperschaltkreiszüge und fahren damit direkt ins Herz der Operation. Ich kann die Züge hacken, aber dann fliegt der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Also stürmen wir die Basis und zerlegen sie. Gut, ich mag es laut und direkt. Als ich undercover bei AIM war, habe ich nie eine Freigabe für Meridian gekriegt. Tja, nett. Dann ist das jetzt deine Chance. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf. Brechen wir auf. Wie viele super geheime Forschungsbasen hat AIM? Zu viele. Aber Meridian ist die wichtigste. Neben New York. Bist du nervös mit Pimps Partikel-Tag an deiner Rüstung? Hank ist klug. Aber seine Pimps Partikel sind bestenfalls instabil. Wenn er es hinkriegt, dürften sie genau das sein, was wir brauchen. Hoffen wir auf ein Wunder. Ihr wisst, dass ich euch höre, oder? Oh Mist. Schon wieder. Kanal wechseln. Gute Nacht, Schätzchen. Lade und Gästen. Gute Nacht, Schätzchen. Gute Nacht, Schätzchen. Gute Nacht, Schätzchen. Gute Nacht, Schätzchen. Der Bunker in der Nähe steht uns offen, wenn wir seine Energieknoten abschalten. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Der Bunker in der Nähe steht. Achtet auf eure Augen! Du bist der D-Ding! 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 Ich gewinne immer! Du bist der D-Ding! Du bist der D-Ding! Du bist der D-Ding! Du bist der D-Ding! Talasse! Du bist der D-Ding! Du bist der D-Ding! Du bist der D-Ding! Mal gucken! Du warst auf der falschen Seite! Du warst auf der falschen Seite! An eurer Stelle würde ich weglaufen. Hat jemand Bild gezählt? Ich glaube, ich bin... Da ist die Hyperschaltkreisstation. Sie wird von einem Kraftfeld geschickt. Zerstört seine Energiequelle, dann hacke ich ihr System und rufe einen Zug. Verstanden. Untertitelung des ZDF. Lämmen! Feind gesichtet! Feind gesichtet! In der Nähe Ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Oh Mist, das ist nicht gut. Das klingt aber gar nicht gut. Ich habe hier heftige Firewalls. Ich brauche mehr Zeit. Okay, hol uns nur den Zug. Gute Nacht, Champion. Gute Nacht! Wollt ihr alle meine Waffen sehen? Okay! Ausgangssperren! Ausgangssperren! Who you gonna call? Halt, Buster! Traktor, lieber! Feindkontakt! Auf Wiedersehen! Okay, ich bin drin! Der Zug ist bereit! Aber alles ist in Alarmbereitschaft! Das kriegen wir schon hin! Chuchu! Alles einsteigen! Echt jetzt, Tony? Echt jetzt, Tony? Ach! Sicherheitsfreigabe akzeptiert, Dr. Belover! Bitte gehen Sie an Bord! Belover! Eins meiner alten Aliase! Verdammt! Aim am Ameisenhügel gesichtet! Wir brauchen dringend die Partikelprobe! Wir sind vielleicht zu spät, Hank! Noch nicht! Wir sind gleich da! Holen wir uns, weshalb wir hier sind! Feind gesichtet! Da ist Meridian! Verdammter Mist! Die Aim-Bienen waren aber fleißig! Ich empfange eine Pimp-Partikel-Signatur! Tiefer in der Basis! Aktualisiere ihr hart! Darum liebe ich dich, Jarvis! Oh, ihr Jungs seid süß! Verdammt, Avengers! Wir haben ein Problem! Aim hat meinen Hex an den Systeme verfolgt! Ich erhalte Alarmmeldungen aus der Umgebung des Ameisenhügels! Ihr müsst diese Partikelprobe rasch finden und sofort zurückkehren! Selbst wenn wir sie finden, schaffen wir es vielleicht nicht rechtzeitig zurück! Durchhalten! Ich weiß, dass ich euch zurückhole! Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe! Ziel erfasst! Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, ich bin in Führung! Ich bin in Führung! Ich bin in Führung! Ich war nicht in Führung! Ehemal! Ich bin einig, Herr Sieger! Nicht sehr der Idee! So much, Dumpfuck! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Und jetzt mit dem Frustton der Überzeugung. 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 Ja, danke, der Letzte. Sehr gut. Dann leg mal los, Theo. Du bist jetzt sicher. Ja. 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 Zeit für Zielübungen. 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 Zielübungen. Zeit für 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 Zielübungen. Ich strahle vom Stolz. Zeit für Zielübungen. Dann Pim, wo ist dein Kontakt? Er müsste dort sein. Avengers, schnell! Wo ist das Pim-Partikel? Bring uns zum Ameisenhügel. Sie brauchen unsere Hilfe. Ihr werdet an der Front gebraucht. Festhalten. Es könnte Turbulenzen geben. Ah, danke. Ich bringe das Partikel zu Dr. Pim. Was ist das hier? Hey, Resistance-Mann. Informier uns bitte. Das ist ein Unterschlupf beim Ameisenhügel. Sicher scheint er nicht zu sein. Avengers, haut ab da und verschafft uns etwas Zeit. Was ist denn los, verdammt? Beschäftigt ihn einfach. Ich komme sobald ich kann. Okay, die Avengers sind hier. Ziehen wir es durch. Du bist erledigt. Jehe, die Sprecher ist. Weißt du? Du bist erledigt. Wir machen sich. Passieren wir uns bis zum Haft! Die Sprecher sind nicht derhalb des Geistens. Wof. Wir machen sich. Wir werden nicht zu wenigstunden. Wir machen uns in der Mitte. Verdammt, das ist nicht gut. Ames Maschine wird in wenigen Minuten durch sein. Dann schalten wir sie aus. Zielen Sie auf die Lüftung an den Beinen. Kennen Sie schon den Hals, Basta? Gut gemacht. Vorsicht, er bäumt sich auf. Gut gemacht. Greifen Sie sein Auge an. Achtung, er geht wieder an. Die Seitenlüftungen überhitzen. Zielen Sie darauf. Kraft euch aus! Vorsicht, er bäumt sich auf. Das ist Ihre Chance. Ausgehen Sie auf das Auge. Ich habe diese Chance. Beide ich auf. Bähigültere Sie sich. Mattei, ein Schuss. Bei der Schuss. Das ist eine Schuss. Keine Anversion. Die Schuss. Die Schuss. Die Schuss. Bähigültere Siem. Die Seitenlüftungen sind wieder angreifbar. 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 Auge anvisieren. Zeit für Zielübungen! Ha 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 ha! Da hast du's, Aime! Ah, Sir, ich orte eine enorme Teleport-Signatur. Ach, verdammt! Hank, du musst den Ameisenhügel evakuieren. Sofort! Das glaub ich nicht! Hank, Einsatz bereits sieht anders aus! Ach was, Tony! Entspann dich! Unglaublich! Es hat geklappt! Glückwunsch, Dr. Pym! Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Sie sind niedlich, wenn Sie klein sind. Danke, Leute. Ich schulde euch was. Danke für eure Hilfe. Ich lasse die benötigten Pym-Partikel zur Chimera transportieren. Danke, Doc. Ich weiß, du hörst nicht auf mich, aber ich sag's trotzdem. Sei vorsichtig. Ich geb mein Bestes.